Der zweite hat The Conundrum. Der klingt ungefähr so, wie das Telefonbuch von China rückwärts. Ungefähr. Ist aus Schottland. Ist aus Schottland. Der dritte heißt Drummond Castle über ein Schloss in Drummond. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Das war ein schöner Tune gewesen. Wir möchten euch jetzt nicht so aufgewühlt in den schönen Leverkusener Abend entlassen. Jetzt gerade schön in der Dämmerung, das Licht wird hier gerade gemütlich. Ich will mir noch ein Lied zum Kuscheln. Musik Früher, ich habe das Lied immer als letztes gespielt und dann kamen immer alle, alle Leute und sagten, gibt es das Lied auf Schaltplatte oder CD jetzt heutzutage. Dann muss ich sagen, nein, aber seit kurzem gibt es das Lied auf CD. Ein Lied über Pferdereiten, vielleicht. Vielleicht aber auch über nicht erwiderte Liebe. Das Lied heißt Ride On. Musik Amen. 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 Amen.